Davos und alle sind preis in Begriffen. Ein kurzer Bericht an das österreichische Verkehrsbüro. Keine gestellte Situation, ein Seenotfall. Happy Hour! Da kommen sie, da kommen sie. Happy Hour, das ist das Kommando, was in keiner Segelschule gelernt. Schnell, ich bring mal meine eigenen Rumpfloschen. Da kommen sie schon mit den eigenen Rumpfloschen angetanzt. Das ist es. Und das ist Happy Hour mitten in die Tobago-Case. Ja. Aloha, ui, mein tapferes Mädchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.